Herzlich willkommen bei Unterstrom. Bei uns geht es um spannende Menschen, die Teil der Energiewende sind und uns erklären, wie sie die Energiezukunft aktiv mitgestalten. Ich freue mich, heute bei mir im Studio begrüßen zu dürfen Philipp Grittling. Er ist Leiter der IT-Dev. Bei ihm entwickeln sie Softwarelösungen, die dann auch wirklich gefeiert werden. Und Philipp geht auch neue Wege in Bezug auf seine Mitarbeitenden. Dazu dann noch das Beispiel von der Hanna. Erzählt er uns gleich mehr. Hallo Philipp. Vielen Dank für die Einladung, Isabella. Was macht ihr jetzt in dieser Abteilung IT, Development und Applikationen genau? Wir schnitzen eigentlich Softwarelösungen für die Fachabteilungen, für die ganzen Fachabteilungen von der Ilbergke VKW, damit sie gut und effizient arbeiten können. Hast du da vielleicht ein Beispiel für? Ja, also für die Telekommunikationsabteilung machen wir zum Beispiel den Telekommunikationsanlagenmanager, damit die Monteure draußen auf der Baustelle genau wissen, wo die Leitungen laufen zum Beispiel und auch gut und effizient arbeiten können. Das zum Beispiel, also von der Anforderungsanalyse bis in die Entwicklung und das Testing, das machen wir. Kommen auch Kundinnen und Kunden mit euren Softwarelösungen in Berührung? Ja, beim Identity Server zum Beispiel. Das ist der Login für die Ilbergke VKW Kunden. Wir haben dezentrale Softwareentwicklung in der Ilbergke VKW. Das heißt, dass auch andere Fachbereiche Software entwickeln, auch für den Kunden. Aber wir schaffen das Eingangstor dazu. Was ist jetzt zum Beispiel deine aktuelle Hauptaufgabe? Aktuell habe ich eine Doppelrolle. Ich bin zum Beispiel der Product Owner vom Identity Server und bin für die Anforderungsanalyse und die Anforderungsbeschreibung zuständig. Zum anderen der Abteilungsleiter der ITDF. Da ist gerade so meine Hauptaufgabe, den ganzen Softwareentwicklungsprozess neu aufzubauen. Kannst du uns das kurz erklären? Ja, der Beruf des Softwareentwicklers hat sich in den letzten Jahren stark geändert. Früher war ein Softwareentwickler im Prinzip alles. Er hat die Anforderungen aufgenommen, er hat mit den Kunden gesprochen, er hat entwickelt, er hat das Ding getestet, er hat es ausgerollt und er hat es auch designt. Mittlerweile gibt es unterschiedliche Rollen dazu. Es gibt einen Product Owner, der eben mit dem Kunden spricht. Es gibt einen Tester, der es testet. Es gibt einen Designer, der es ganz hübsch macht. Und diese ganzen Rollen, die müssen miteinander sprechen. Und den Raum zu gestalten, wie sie miteinander sprechen, wo und wie oft, das meine ich mit dem Softwareentwicklungsprozess. Und der gehört gestaltet, gerade in der agilen Entwicklung. Agile Softwareentwicklung ist das ein Stichwort. Okay, du warst ja aber bei der Ilwerke VKW auch schon ein Business Analyst oder ein Product Owner, wie wir schon gehört haben, als da schon tätig. Und jetzt Leiter der IT-Dev. Wie bist du allerdings überhaupt zur Ilwerke VKW gekommen? Ich habe einen sehr starken persönlichen Bezug zur Ilwerke VKW. Sowohl mein Vater als auch mein Großvater waren bei der Ilwerke VKW sehr lange, also 40, 50 Jahre. Wirklich sehr lange. Und ich habe die Ilwerke VKW schon sehr gut gekannt, als ich 2017 zur VKW gekommen bin. Also deinen Familienmitgliedern hat es offenbar sehr gut gefallen im Unternehmen. Was ist jetzt das, was dir am besten gefällt, seit du da eigene Erfahrungen machen kannst? Also mir gefällt die Message der Ilwerke VKW einfach. Mir ist privat auch die Umwelt sehr wichtig. Das Ganze hat sich noch manifestiert, als meine Tochter auf die Wege gekommen ist vor acht Jahren. Da habe ich einfach gemerkt, dass man da wirklich Wert drauflegen muss. Und die Ilwerke VKW macht mit Wasserkraft Strom, sauberem Strom. Und das gefällt mir. Da wollte ich einfach mitarbeiten. Ich komme aus einer ganz anderen Branche. Und das war einfach mit ein Grund, warum ich gewechselt bin. Das Zweite war die Persönlichkeit der Firma. Wir merken als Mitarbeiter einfach, dass wir wertgeschätzt werden in jeder Hinsicht. Wir bekommen so ziemlich in jeder Lebenslage Unterstützung. Und das fühlt sich extrem gut und wertvoll an. Stichwort Mitarbeiter sucht ihr derzeit? Also in der IT sucht man ständig und immer wieder. Also wir haben auch dieses Jahr ganz, ganz viele Ausschreibungen aktuell auch draußen. In der IT-Dev aktuell keine direkte Stelle ausgeschrieben. Wenn ich mir das so anschaue, was wir so alles im Repertoire haben, dann kommt ganz sicher noch was. Das ja, also es rentiert sich eigentlich immer ein Blick in die Karriereseite von der VKW. Wenn du jetzt auf der Suche nach neuen Mitarbeitern für dein Team bist, auf was legst du da besonders Wert? Natürlich, ich schaue mir den Lebenslauf schon genau an. Was sind die Stationen? Was kann der Mensch schon und was kann er noch nicht? Aber das Menschliche selber ist gerade so wichtig für mich. Also ich lade jeden ein, der mal in Frage kommt, wirklich das Team zum Kennenlernen. Und ob das wirklich auch matcht, das ist gerade so wichtig. Man kann alles lernen, wenn man will. Und wenn das passt, ist schon die halbe Mitte. Und dann hat er auch wirklich riesen Spaß im Team, oder? Das haben wir immer, ja. Also wir sind jetzt seit gut einem Jahr zusammen und lernen uns immer besser kennen. Auch die Stärken und Schwächen von jedem Einzelnen. Das entwickelt sich sehr gut. Was wir noch machen ist eigentlich, wenn wir was draus released haben, also was freigeben haben, dann probieren wir auch glücklich, das zu feiern. Wir gehen dann was essen, was trinken. Das funktioniert sehr gut. Das machen wir auch wirklich. Wir feiern die Feste, wie sie fallen. Okay. Und gab es in der letzten Zeit vielleicht was zu feiern? Ja, das haben wir. Fürs Vorarlberg-Netz haben wir den digitalen Netzanschluss gemacht und freigegeben schon. Da kann der Kunde quasi einen Stromanschluss online anmelden und das läuft vollautomatisiert durch. Aus wie vielen Personen besteht denn dein Team bei der IT-Dev derzeit? Aktuell haben wir 18 Personen, drei Lehrlinge und drei Werkstudenten. Wir stellen jedes Jahr einen neuen Coding-Lehrling an und begleiten den und Werkstudenten suchen wir eigentlich immer und haben wir super Erfahrungen damit gemacht. Aktuell haben wir eine Werkstudentin, die erste Werkstudentin, die remote arbeitet zu uns, aus Wien und das funktioniert wirklich hervorragend. Direkt aus Wien? Direkt aus Wien, ja. Wie funktioniert das jetzt in der Praxis? Es ist so, dass wir mit Teams zusammenarbeiten, mit Microsoft Teams. Das funktioniert hervorragend eigentlich. Die HANA ist immer vormittags erreichbar und in der Softwareentwicklung hat man halt Dailies und Stand-Ups und solche Geschichten. Da ist man eigentlich sehr gut abgestimmt und weiß immer, was der andere gerade so macht. Mir persönlich als Abteilungsleiter von der IT-Dev ist auch wichtig, nicht wirklich in den Kontrollwahn zu gehen und immer alles zu kontrollieren, wer gerade was macht. Ich kann und vertraue auf das, dass die auch arbeiten, auch HANA. Das kontrolliere ich nicht nach. Du setzt also auch sehr viel Vertrauen in die HANA, aber auch in das Unternehmen selbst, der Ilwerke VKW. Auch an dich, Philipp, noch die Abschlussfrage. Unsere Sendung heißt ja Unterstrom. Was bedeutet für dich Energiezukunft? Energiezukunft heißt für mich, energieautonom zu sein in Vorarlberg. Das heißt, den Strom auch hier herzustellen, den wir auch hier brauchen. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Das wird aber in vielen Jahren möglich sein. Das glaube ich. Und global betrachtet glaube ich, dass es wichtig sein wird, die Energie nicht so zu verschleudern, wie wir es aktuell machen auf der Erde. Ich glaube, dass viele Probleme entstehen mit der Verschleudung und Verschwendung von Energie. Vielen Dank, Philipp. Danke für das tolle Interview und den tollen Einblick in deine Arbeit. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und viele Feste zum Feiern mit deinem Team. Vielen Dank.